So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Das ist der Hannes. Moin. Das ist der Ramses. Das ist ein Hannes, seine Spiel-Dino-Matte, ja. Die müssen wir aber zurückgeben. Die ist kaputt. Hat der Hannes wieder übertrieben. Jo. Ist die Matte kaputt gegangen. Wir geben die jetzt ab und suchen noch schnell einen Schnitzelfritz. Und dann erklären wir euch irgendwann, was wir eigentlich hier gerade in dem Video machen. So, seitdem Hannes da war, sind wir jeden Tag zum Netto auf der Suche nach Schnitzelfritz. Jetzt haben sie gesagt, kommen sie morgen früh, dann kriegt man Lieferung. Da ist das Ding wieder voll. Was ist? Die zwei lagen gestern schon da. In Süß-Sauber-Soße und in Ketchup-Soße. Und sonst war nichts da. Der Tag heute ist schon wieder richtig genial. Er wollte doch nur Curry probieren, weil es so genial ist. Jetzt schnell zum Bahnhof und dann erzählen wir euch aber, um was es eigentlich geht. Wir stehen jetzt hier am Bahnhof, denn der Hannes ist ja die Münchner Weißwurst, ne. Das ist sein Spitzname. Der muss wieder heim nach München und wir wollen doch fix ein Gewinnspiel-Video aufnehmen. Hallo Hannes. Moin, muss ich sagen. Und wir gucken, was wir gewinnen können. Das schon mal nicht, ne. Was gibt es jetzt neu? Avocado Habanero. Super spezielle Sorte. Richtig genial. Schöner Habanero-Geschmack gemischt mit Avocado. Weiß gar nicht, wie Avocado schmeckt. Nein, aber das könnt ihr nicht gewinnen. Ihr könnt das hier gewinnen. Denn das ist ein T-Shirt zum Go-Fest 23. Das lass mal eingepackt. Das ist nämlich noch original zu. Das kriegt ein Gewinner so, wie es jetzt hier ist. Hier steht Beiningen. Hier ist das T-Shirt. Wir haben es aber auch einmal ausgepackt da. Denn Pupsi hat mir ja so ein T-Shirt bestellt in der XXL. Und das hier, was verlost wird, ist die XL. Also für die, die da nicht reinpassen, haben es ein bisschen bequemer. Das wird schon so passen. Ist egal. Vielleicht hängt ihr euch das auch einfach irgendwo an die Wand und sagt, das habe ich mal gewonnen. Das ist ein Andenken. Das ist richtig brutal. Hannes spielt jetzt kurz Model. Wir kleiden den ein und zeigen euch mal, wie das aussieht. Das ist das T-Shirt von vorne, wenn es beim Hannes dran klebt. Ihr seht schon, das ist rötlich. Hier ist ein Pokeball-Logo. Hier ist ein Mega-Requharzer, der hier rumfliegt. Hier habt ihr noch Tempel. Hier habt ihr Pogestops. Hier habt ihr Berge, Alpen, sonst was. Das sieht richtig genial aus. Jetzt noch die Rückseite. Hier seht ihr die Rückseite mit diesem Nackenprint. Pokémon Go Fest 2023. Das sieht gut aus. Und was ich gerade noch gesehen habe, hier drin steht ja auch noch mal einiges. Hier ist noch mal Pokémon Go, das Logo. Hier steht 2XL made in Nicaragua. 2016 bis 2023 in der Yendik. Und da ist noch ganz viel Text in allen möglichen Sprachen. Ich glaube, das sieht sogar noch genialer aus als der Rest. So, erstmal die Jacke fort. Was ihr tun müsst, um zu gewinnen, ihr kommentiert dieses Video. Unter den Kommentaren wird dann ausgelost, wer das T-Shirt kriegt. Die Verlosung gibt es wieder am Montag bei Chill mit Ramses im Livestream. Der fängt 20 Uhr an. 21 Uhr ist dann die Verlosung. Ihr müsst bei der Verlosung anwesend sein. Und was muss in eurem Kommentar stehen? Erstens, euer Trainername. Zweitens, wie heißt Hannes? Kleiner Tipp, fängt mit H an. Mal gucken, ob ihr draufkommt. Drittens, wo hat das erste Pokémon Go Fest stattgefunden? In welcher Stadt? Da gibt es keinen Tipp. Das könnt ihr hier googeln. Genauso wie Hannes könnt ihr auch googeln. Und viertens, wie? Ne, genau. Was ist Hannes? Seine Lieblingsbiersorte, die er immer trinkt. Viertens ist optional. Das muss nicht stimmen. Mal gucken, wer es kennt, wer Hannes gut kennt. Und dann haut er noch ein Hashtag unten drunter. Hashtag GoFest2023 und schreibt bitte einfach alles groß. Diesmal alles groß. G-O groß, F-O-S-T groß. GoFost, kennt man, ne? GoFest groß, alles geschrieben, aber alles zusammen mit Zahl dran. Und das ist alles, was ihr machen müsst. Euren Trainernamen reinschreiben. Habe ich das überhaupt dazu gesagt? Nicht? Na gut, dann vergesst alles. Macht es einfach wie immer. Trainername. Dann wie heißt Hannes? Ich glaube, ich habe es doch dazu gesagt. Hannes war doch erst das Zweite. Schreibt euren Trainernamen rein. Ins Punkt 1. Dann der Zweite. Wie heißt Hannes? Punkt 3. Wo war das erste GoFest? Punkt 4. War das Hannes seine Lieblingsbiersorte? Guckt mal den schönen Zug da hinten an. Und dann fünftens noch Hashtag GoFest23. Es ist ein bisschen chaotisch. Ich habe schon viermal den Akku gewechselt, weil immer wenn ich aufgenommen habe, alles aus war. Deswegen, ja. Das kommt irgendwann hoch. Dann könnt ihr das gewinnen. Und mal gucken. Vielleicht habt ihr euch selbst sogar so ein T-Shirt geholt. Und danke Pupsi für das T-Shirt. Danke Hannes für das Modeling. Danke Habanero, dass du immer so viel Ruhe reinbringst in die Videos. Guck mal. So. Jetzt war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal bis ein Peace out Vorhaut. Euer Ramses. Mal gucken, ob wir es schaffen, doch reinzuschneiden, wie der Hannes im Zug steht und macht. Grüz euch. Nee. Grüzi. Fürz euch. Fürzt. Fürzt. So Hannes. War wieder. War mal ein Gurt. Ein Gurt war es. War wieder. Ein Gurt war es. Jawohl. Du Sauber. Ja, für alle. Sankt. Mach's gut. Tschüss. Durch die Zaubertür. Schöne Fahrt. Ja, danke. Ich melke mich, wenn ich sowas bin. Ich drück jetzt hier drauf, damit mir die dreckige Tür aufgeht. Wunderbar. Ich melke mich, wenn ich sowas bin. Die geht ja bestimmt gleich wieder zu. Das ist dann die Schlussszene, wie im Film. Tüt, tüt. Tschüss. Peace out, Vorhaut. Euer Hannes. Wie heißt er? Genau.